Sie hören jetzt den Wetterbericht. Im Norden bleibt es auch am Sonntag sonnig und trocken. Schon morgens gibt es Temperaturen um 25 Grad. Sie können ein Wochenende im Freien planen. In den Abendstunden ziehen von Westen her einige Wolken auf. Ab Montag wird es im Nordosten kühler mit Gewitter und Regen. Ab Dienstag 2. Max, was ist los? Ist dein Auto kaputt? Nein, alles okay. Mir geht's gut. Dem Auto auch. Ich hatte es furchtbar eilig, deshalb habe ich vielleicht nicht so gut aufgepasst. Plötzlich kam von links ein Auto. Es war ganz nah. Da bin ich rechts fast gegen den Baum gefahren. Naja, ich kann aber weiterfahren. 3. Hallo Petra, hier ist Vera. Was soll ich bloß heute im Theater anziehen? Ich denke, vielleicht das schwarze Kleid mit der bunten Jacke? Du weißt schon, die rot-grüne. Ich finde, die steht mir gut. Oder lieber die gelbe Jacke? Die finde ich weniger toll. Bitte ruf mich an. 4. Hallo Anton, hier ist Peter. Hast du am Samstag schon etwas vor? Ich möchte Tennis spielen und suche einen Partner. Ich habe für 11 Uhr reserviert. Wir können uns um 10.45 Uhr gleich am Platz treffen. Oder soll ich dich zu Hause abholen? Ruf bitte schnell zurück und sag mir Bescheid. 5. Und jetzt noch eine Durchsage für unsere Musikfreunde. Zwischen 18 und 20 Uhr können Sie hier bei Radio Beta Eintrittskarten für das Open-Air-Konzert am Samstag in der Arena gewinnen. Rufen Sie uns an, dann können Sie unter den Gewinnern sein. Wir vergeben insgesamt vier Karten. Viel Glück und ein tolles Konzert! Sie hören jetzt den Wetterbericht. Im Norden bleibt es auch am Sonntag sonnig und trocken. Schon morgens gibt es Temperaturen um 25 Grad. Sie können ein Wochenende im Freien planen. In den Abendstunden ziehen von Westen her einige Wolken auf. Ab Montag wird es im Nordosten kühler mit Gewitter und Regen. Ab Dienstag 2. Max, was ist los? Ist dein Auto kaputt? Nein, alles okay. Mir geht's gut. Dem Auto auch. Ich hatte es furchtbar eilig. Deshalb habe ich vielleicht nicht so gut aufgepasst. Plötzlich kam von links ein Auto. Es war ganz nah. Da bin ich rechts fast gegen den Baum gefahren. Naja, ich kann aber weiterfahren. Drei Hallo Petra, hier ist Vera. Was soll ich bloß heute im Theater anziehen? Ich denke, vielleicht das schwarze Kleid mit der bunten Jacke? Du weißt schon, die rot-grüne. Ich finde, die steht mir gut. Oder lieber die gelbe Jacke? Die finde ich weniger toll. Bitte ruf mich an. 4 Hallo Anton. Hier ist Peter. Hast du am Samstag schon etwas vor? Ich möchte Tennis spielen und suche einen Partner. Ich habe für 11 Uhr reserviert. Wir können uns um 10.45 Uhr gleich am Platz treffen. Oder soll ich dich zu Hause abholen? Ruf bitte schnell zurück und sag mir Bescheid. 5 Und jetzt noch eine Durchsage für unsere Musikfreunde. Zwischen 18 und 20 Uhr können Sie hier bei Radio Beta Eintrittskarten für das Open-Air-Konzert am Samstag in der Arena gewinnen. Rufen Sie uns an, dann können Sie unter den Gewinnern sein. Wir vergeben insgesamt vier Karten. Viel Glück und ein tolles Konzert! Hören 25 Hallo Markus. Dich habe ich lange nicht mehr gesehen. Was machst du denn immer am Nachmittag? Hallo Ralf. Schön, dich zu sehen. Ich bin natürlich auf dem Sportplatz. Du weißt doch, dass ich laufe und jeden Tag trainieren muss. Ich bin auch schon ziemlich schnell auf der 400-Meter-Strecke. Manchmal kommt Lotte auch zum Laufen. Aber meistens ist sie im Schwimmbad. Sie schwimmt sehr gut. Ihr macht wohl jeden Tag Sport, oder? Natürlich. Und du, Ralf? Was machst du in deiner Freizeit? Ich treffe mich oft mit Bettina. Wir schreiben jeden Monat Artikel für die Studentenzeitung. Bettina schreibt über Musik. Ihr Lieblingsthema. Sie spielt ja auch sehr gut Gitarre. Und du? Schreibst du auch über Musik? Oder vielleicht über Sport? Nein. Ich interessiere mich mehr für die Probleme meiner Mitmenschen und beantworte ihre Leserbriefe. Aber das braucht alles viel Zeit. Das stimmt. Nächsten Monat kaufe ich bestimmt die Zeitung und lese, was du so schreibst. Sag mal, was macht eigentlich deine Schwester? Die Lena. Ich sehe sie nie mehr. Lena ist jeden Nachmittag in der Sporthalle. Sie spielt Volleyball. Seit zwei Monaten ist Volleyball ihr Lieblingshobby. Sie spricht von nichts anderem. Ja, mein Freund Simon ist genauso. Er sagt immer, Fahrradfahren macht fit und gesund. Und deshalb fährt er dreimal pro Woche 40 Kilometer auf dem Land umher. Und deshalb fährt er sich die Zeitung und die Zeitung und die Zeitung und die Zeitung und die Zeitung. Sag mal, Paola, gehen wir Samstag zusammen einkaufen? Musst du nicht trainieren? Doch, ich bin bis zwölf beim Schwimmtraining. Gut, dann treffen wir uns vor der Schwimmhalle. Da gibt es doch eine Bushaltestelle, oder? Ja, aber mit dem Bus dauert es sehr lange bis zum Einkaufszentrum. Komm lieber zum Rathaus. Das ist in der Nähe. Zwölf. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche ein Sommerkleid. Das lange im Schaufenster gefällt mir. Welche Größe haben Sie? Größe 38. Das lange Kleid haben wir nur in 36. Wie finden Sie diesen Rock? Mit einem schwarzen T-Shirt sieht das super aus. Der Rock ist toll. Den nehme ich. Aber mit einer weißen Bluse. Sehr gern. 13. Entschuldigung, ist das hier ein Obstgeschäft? Wir verkaufen auch Obst, aber eigentlich ist dies ein Supermarkt. Bei uns bekommen Sie alles. Nein, ich suche ein ganz besonderes Obstgeschäft. Es heißt exotische Früchte. Was ist denn das da drüben auf der anderen Straßenseite? Ein italienisches Geschäft. Da bekommen Sie italienischen Wein und Nudeln und so weiter. Oh, danke sehr. 14. Guten Tag, Frau Krause. Wie geht es Ihnen? Haben Sie sich wieder beim Sport verletzt? Tag, Dr. Polle. Kann ich in die Sprechstunde kommen? Mir geht es nicht gut. Ich habe starke Bauchschmerzen. Und gestern tat mir auch der Kopf weh. Oh, das tut mir leid. Haben Sie auch Fieber? Zum Glück nicht. Natürlich können Sie sofort zu mir kommen. Was isst du am liebsten, Marco? Pizza? Also, fast alle meine Freunde wollen immer Pizza essen gehen. Ich mag aber lieber Nudeln mit Tomatensauce. Die gibt es ja auch überall. Und du? Immer Pizza oder Nudeln. Das ist so langweilig. Ich esse am liebsten Fisch und dazu Gemüse. Ich glaube, das ist auch viel gesünder. Das ist so langweilig. Hören 27 Heute sprechen wir mit Herrn Petri. Er hat einen Stand hier auf der Internationalen Ausstellung für Spielzeug und Modellbau. Guten Tag, Herr Petri. Ihnen gefallen also die kleinen Modellautos besonders gut. Interessieren Sie sich für alle Automarken? Nein. Ich habe mich auf Volkswagen spezialisiert. Machen Sie das schon lange? Ich habe mit 14 Jahren die ersten Autos bekommen. Das sind also inzwischen schon 10 Jahre. Und wer hat Ihnen die ersten Autos geschenkt? Mein Großvater. Er hat 30 Jahre bei Volkswagen gearbeitet. Und er hat mir zuerst die kleinen Autos geschenkt. Er hat sich auch immer für Modellautos interessiert. Ich finde sie wirklich wunderbar. Wann haben Sie richtig angefangen, diese Autos zu sammeln? Da war ich 15. Ich habe sie selbst in Geschäften, bei Freunden und Bekannten gesucht. Ich habe immer mein ganzes Taschengeld für die Autos gebraucht. Auch im Internet habe ich viele gekauft. Da gibt es ein richtiges Portal für Modellautos. Meine Freunde haben mir natürlich auch viele geschenkt. Wie viele Autos haben Sie denn schon? Das weiß ich genau. Es sind 426 Stück. Die brauchen sicher viel Platz. Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Einige stehen in einem Glasschrank im Wohnzimmer. Und für die anderen habe ich ein Zimmer auf dem Dachboden. Meine Frau hilft mir immer, alles in Ordnung zu halten. Wir haben auch alle Autos aufgeschrieben. Heute sprechen wir mit Herrn Petri. Er hat einen Stand hier auf der Internationalen Ausstellung für Spielzeug- und Modellbau. Guten Tag, Herr Petri. Ihnen gefallen also die kleinen Modellautos besonders gut. Interessieren Sie sich für alle Automarken? Nein. Ich habe mich auf Volkswagen spezialisiert. Machen Sie das schon lange? Ich habe mit 14 Jahren die ersten Autos bekommen. Das sind also inzwischen schon 10 Jahre. Und wer hat Ihnen die ersten Autos geschenkt? Mein Großvater. Er hat 30 Jahre bei Volkswagen gearbeitet. Und er hat mir zuerst die kleinen Autos geschenkt. Er hat sich auch immer für Modellautos interessiert. Ich finde sie wirklich wunderbar. Wann haben Sie richtig angefangen, diese Autos zu sammeln? Da war ich 15. Ich habe sie selbst in Geschäften, bei Freunden und Bekannten gesucht. Ich habe immer mein ganzes Taschengeld für die Autos gebraucht. Auch im Internet habe ich viele gekauft. Da gibt es ein richtiges Portal für Modellautos. Meine Freunde haben mir natürlich auch viele geschenkt. Wie viele Autos haben Sie denn schon? Das weiß ich genau. Es sind 426 Stück. Die brauchen sicher viel Platz. Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Einige stehen in einem Glasschrank im Wohnzimmer. Und für die anderen habe ich ein Zimmer auf dem Dachboden. Meine Frau hilft mir immer, alles in Ordnung zu halten. Wir haben auch alle Autos aufgeschrieben. lado uns im Imm лys어 ein Zimmer im Spiel, also, eine neue true Zeit. лерulس Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.